Musik 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 Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Walking Dead Season 2. Ich bin wieder euer Avenger und ja, uns ist immer noch kalt, nachdem wir in dieses eisige Wasser gestürzt sind und jetzt hier am Ufer gelandet sind. Wie schon gesagt, alle Klamotten sind nass, uns ist arschkalt, wir sind hungrig wie die Sau und sind wieder einmal völlig allein. Das ist so ziemlich das Schwierigste an der Geschichte, dass wir immer noch allein sind, wir brauchen dringendst eine Gruppe. Ja, aber fangen wir jetzt erstmal da an mit dem, ja, wie komme ich jetzt weiter, verstehst du? Das hat ja schon mal bestens geklappt, nicht? Krista, are you there? Tja, ob die Krista noch lebt, das werden wir erst herausfinden, wenn es so weit ist. Ob wir sie überhaupt wiederfinden? Gute Frage. Na, die sieht ja toll aus. Very nice, very nice. So. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal in den Wald rein und schauen, was uns erwartet. Okay. Wir müssen jetzt hier wohl weiterlaufen. Ist das eine Warnung, oder? Okay. Dann schauen wir mal. Und weiter geht's. Tja, so ist das. Wenn man alleine ist. Und kalt ist es auch noch. Dieser Wald ist scheiße groß. Oh. Damn. Ein Wolf? Ein Fox? Ein Hund. Hoffentlich ist der... Es ist okay, Junge. Es ist okay. Oh Gott. Perfekt. So, wo sind deine Verwanderung? Sind sie hier? Wenn sie sind, hoffe ich, dass sie gut sind. Was macht er? Was macht er da? Pferde aufnehmen, wahrscheinlich. Sieht so aus. What did you find, boy? Where are you going? Wait up. Hello? Hallo? Sieht ziemlich weg. Aber du wirst nie wissen. Lass uns etwas Essen suchen. Es sieht aus, dass sie eine glückliche Familie haben. Ich hoffe, sie haben irgendwo etwas Essen geblieben. Ja, das hoffen wir alle, dass sie etwas zu essen dabei haben. Oh, nichts mehr. Aber wenn das verfilmt werden würde, das wäre ein Kassenschlager. Hundertprozentig. Tausendprozentig. Also ich würde mich tierisch drüber freuen. Ich glaube, ich wäre bei der Premiere dabei. Sofort. Ich würde alles dafür tun, um eine Karte zu kriegen. Das als Verfilmung ist sensationell. Dafür müssen wir als Ende kommen. Okay, bring dich zurück. Ich bin die Macher von dem Spiel, dass sie ja selber noch nicht wissen, wie das enden soll. Ich bin die Macher von dem Spiel, dass sie ja selber noch nicht wissen, wie das enden soll. Wir werden mehr herausfinden. Komm, wir spielen nur mal. Weil es so schön war. Was haltet ihr denn davon? Würdet ihr auch eine Verfilmung davon feiern? Schreibt es mir in die Comments. Ich würde mich freuen. Ich wollte schon immer mal einen Hund haben. Jetzt habe ich einen. Ja. Ich würde mich sicher machen. Oh, Verzeihung ist halb eins. Ein Grill. Was haben wir denn in dem Grill? Oh. Oh. Ich brauche nur einen Stuhl, glaube ich. Äh, jetzt. Jesus. Auch nichts drin. Oh, dann müssen wir halt mal den Müll durchsuchen, ne? Oh, dann müssen wir halt mal den Müll durchsuchen, ne? Oh. Oh, mein Gott. Danke. Schau. Ich kann. Jetzt habe ich nur... ... etwas zu öffnen. Wir haben was gefunden. Gott sei Dank. Jetzt brauchen wir nur noch was, um das Ganze zu öffnen. Schauen wir doch mal. Oh. 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 Okay, da können wir überall nicht hin. Hä? Also wir brauchen jetzt irgendetwas um diese Dose zu öffnen. Irgendetwas. Ist richtig. Ist eine weitere Dose. Oh, er hat was gefunden. Ah, okay, gut. Es ist okay, er ist tot. Schau, du kannst den Bisschen sehen. Es sieht aus, dass er es versucht hat. Der Spruch vom Lieb. So, ich würde mal sagen, erstmal den Typen aus dem Gefecht setzen. Und dann das Messer rausziehen. Oh, tschüss. Das wird nun nicht ganz gereicht haben. Bro, Brosin, Brodin. Bös. Wie ist eigentlich die weibliche Form von Bro? Wer es weiß, in den Kommentar. Oh, Gott. Na komm, jetzt kannst du besser. Nochmal. Das sah auch noch nicht so toll aus. Und nochmal. Ja, ja. Perfekt. Note 1. So, jetzt können wir uns das Messer schnappen. So, jetzt können wir uns da. Das ist irgendwo. Bitte nicht so schlecht. Oh, danke Gott. Ich denke, du bist auch ziemlich hungry. Hier geht's. Hey, we don't eat at all! Jesus! Hey, du hast doch gerade so gute Freunde gewonnen! Alter, was war das? Na ja, ich habe schon gesehen, aber... Warum? Ah, der Arme Hund! Na ja! Na ja! Na ja! Na ja! Na ja! Entschuldigung! Ah, das tut bestimmt weh! Na ja! Ich kann's nachvollziehen! Na ja! 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 Ich denke, ich denke, wir sind sicher. Ja, ja, wir sind gut. Das würde mir jetzt wohl glauben müssen. Ja, was machen wir hier draußen? Das sind wir auch. Ja. 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 Ich bin Clementine. Es ist schön, dich zu treffen, Clementine. Aber für heute, wir werden dich zurück in unsere Gruppe nehmen. Wir haben einen Doktor mit uns, und du siehst, wie du... OH SHIT! Was? Was ist das? Sie ist... 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 Ich bin keine Ahnung. Sie ist... Sie... ok See is it a so like she says Well could be a dog hard to say So where'd this dog go The one that did this I I killed it what really a dog shows up and bites you and you just kill it What would you have done? I don't know It attacked me Still you don't you don't kill dogs Clementine? Yes You telling us the truth? Of course You look in the eyes when you answer Yes Alright Clementine that's good enough for me Well what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector Luke That's why you can never beat me at poker You don't always beat me at Alright how can you be sure? Well I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call We can have Carlos take a look at it first Nick ain't gonna like this not with what happened You don't have to remind me of that boy Right Right Sorry sir That's a good 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 I'm a little bit more I'm a little bit more I'm a little bit more That's a good Clementine are you feeling alright? I'm fine Just tired Well you better be fine Cause I ain't carrying you anymore with that bite on your arm Don't worry about I'm a little bit more You better be fine You better be fine You better be fine You better be fine Oh shit Cover? Five dollars What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there Dog bite my ass I need a do- Keep your finger off the trigger boy Whoa! Whoa! What the fuck? You idiot! Every mother for five miles probably hurt that You're the one telling me to fucking shoot her Everybody just calm down for a second Clementine you okay? I just need a doctor And then And then I'll go I don't want my arm to get infected None of us want to get infected That's the point We got a doctor right here Okay? He'll have a look Now what the hell is wrong with you people? Okay? She's just scared We're all scared Luke Don't act like we're the ones being irrational Cause we don't buy this bullshit story No way she survived out here on her own Why are we even arguing about this? Let me take a look It's okay. Go ahead. He's a doctor Ew, that must have hurt Oh, what? Oh my god 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 Whatever it was We got you good This isn't how we do things man When you're bit You get put down End of story I'm not going through this again No one suggesting that We could take her arm off Please? I know that worked for a cousin down in Ainsworth We could try that It won't do any good You'll just be making it worse for the girl It's crazy No You're right You want to be sure about this Before you do something you might regret I'm on your side, kid No need for a guilt trip Mitleidstore Aha Okay Sarah What I say Stay inside A dog Could be Look I may be in the minority here But my gut tells me she's telling the truth It probably is Just a dog bite Probably So... What do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything Only one way to find out How? We wait What? By tomorrow morning If the fever set in We'll know if she's gonna turn In the meantime We can lock her in the shed Huh What about my arm? It needs to get cleaned And stitched And bandaged The girl is in bad shape Hey, Carlos We have all that stuff inside the cabinet We could probably get by with it Alvin, please But, yeah We can't do nothing I'm not wasting supplies on a lurker bike If it turns out you're telling the truth We'll clean it And stitch it up for you in the morning But... What? I'm sorry It's the best we're gonna get Finger off the trigger, son I ain't your son Don't be like that, man It's alright Boy's got his mom's temper Come on Shit This is just a waste of time You'll see her And when she turns I ain't gonna be the one cleaning up the shit My arm really hurts I don't know what to tell you Except hold out the best you can We'll see what we can do in the morning If I make it until then Maybe you could get me some supplies I wish I could I really do, but it's too risky Sorry Haha Okay Haha Okay I'll see you Also just put her in the parish What a great What a cool What a bad What a MAN What a man Would take a step Because it's safer this way I'd rather be sure J встречes Ah, ich kann es nicht glauben. Du wirst alles gut sein, du wirst alles gut sein. Ihr werdet es sehen in einer weiteren Folge The Walking Dead Season 2 Part 3 in dem Fall und ja, vorausgesetzt wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch, bedanke mich herzlich fürs Zuverschauen und schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, lasst mir ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin, euer Avenger. Servus, alter Schwede.